sehr schön tot der rork was haben wir hier? schön eitrige Krötenscheme Feuermoos das ist ja Fahmoos ja Stahl und Sandstein so aufpassen beim runter tun weil sonst verätzt du dich und Effortmoos ist hier mit zu ja geil 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 jetzt haben wir noch mehr Feuermoos Inventar ist voll so da da das kriegt jetzt mal er rübergeschmissen wir müssten echt dringend mal verkaufen gehen oder Zeug hersteht oh Jackpot so Silvertreler Schleifsteine Waffenbalsam wo ist denn der Typ oben? äh hallo ah da ist er das ist ja ein richtiger Jackpot hier Lederstiefel Abendschienen krass wie alles rumfliegt Stahl und Lederbände wenn wir aus dem Abenteuer rausgehen sind wir ja gemachte Leute Krötenschemel Krötenschemel nehmen wir mal mit so da ich versuche mein Bestes und Zauber nach 10 vorreis dann eben ich gelinge im Schein der Marder weil ich hab jetzt noch nicht das Gefühl das wird bald ein Spinni überm äh adalala artikulata Tattationsprobleme ach herzallerliebsten Spinnenei ich glaub wenn wir da unten durchgehen werden wir dann die liebe gute Mami treffen warum hier keine Fallen sind kommt vermutlich später war hier was? ne Holzwand hallo wir sind da was gibt es Besseres um sich anzubringen richtig wenig bam na komm ah so kleine Ausbuchtung ok na dann jetzt müsst doch jeden Moment Mami aufkreuzen sag mal es geht doch schon bei einem mal anders Zerritus 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 aufgepasst meint ihr ja ich meine so hier geht's nicht weiter da müssen wir wahrscheinlich weiter also gehen wir mal hier lang ach ja jetzt kommen wir wahrscheinlich da runter ah genau richtig ok ok also hier geht's dann vermutlich weiter dann gehen wir lieber mal zurück ach nee hör mir auf kleines kleines Maragdspinnel spinni 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 so ich hoffe du magst Feuer ach 35 ist ja süß aber ich möchte nicht vergiftet werden jetzt wird's interessant ja magiker schau 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 KOMPAR-HEIMER! So... Ich versuche mein Bestes! Strike! So, dann nehmen wir die ganzen Bieste mal aus. Ach, ich nehme immer das falsche Messer hin. Das ist jetzt zum Heulen. Das Spinnenzeug ist ja einiges wert. Ich versuche mein Bestes! So, dala! Das haben wir, das haben wir auch. Das haben wir jetzt auch gleich. Hoffentlich haut das nun hin. Ich? Ja, du. Lass das mal vor Grimm machen! Nein, das macht jetzt nicht vor Grimm. Das macht jetzt... So, Tom, weil er sich mit dem Gekrebel da auskennt. Spinnenfangzähne. Ah! So. Ich hoffe, jetzt kommt dann... Bekommen wir nicht allzu viel Gelegenheit, die Mami kennenzulernen. Weil auf Mami habe ich jetzt nämlich gerade keine Lust. Sodala. Hm. Keine Mami da. Sehr schön. So, haben wir... So. Das ist doch eine ganz schöne Menge hier. Ah, da haben wir noch eine vergessen. Dann eben ich. So. 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 Jetzt müssen wir irgendwo hin. Ich versuch mein Bestes. Die Frage ist wo? Ist jetzt hier oben richtig... Das mach ich. Boah. Wahnsinn ey. Okay. Ah, da sind wir... Da sind wir runter gekommen. Oder da sind wir oben vorbeigekommen. Jetzt. So. 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 Halt mal. Hier. Da. So. Puh. Inventar ist wieder voll. Dann haben wir viel Krempel dabei. Ich würde mir jetzt da in der Burg echt so einen kleinen Verkäufer wünschen. So einen kleinen Tietenkerl und so. Der dann das ganze Zeug dann einfach mal nimmt und uns dafür einen fairen Preis dann zahlt. Das ist ein Klimas Astos. Ein Schwerk ein Wort. Wie lange hält denn das noch? Nach fast, fast anderthalben Minuten. Da wurde schön was eingesponnen. So. Hm. wieder runter können wir das mitnehmen ja da können wir es mitnehmen dreimal voll muss herz ich versuche mein bestes Skelett das können wir nicht plündern ich habe immer Angst dass da Mami gleich aufkreuzt also Angst ja nicht direkt aber ich finde es in höchstem Maße unschön Skelett ah das haben wir gerade plündert so jetzt ist mal Zeit wieder Ding nachzuziehen haben wir das Wund warum hat der das Wundpulver jetzt eigentlich da nicht drin ähm lagern wir das mal in den Jast aus aufteilen so jetzt ziehen wir mal das Wundpulver rein zu ihm äh Jast hat auch Wundpulver das benutzt er mal Kladderschätzchen hast du Wundpulver dabei? ne hat sie nicht ich würde gerne irgendwas ach komm das ist eine Lederband und dann teilst du Freund Xort wo haben wir es denn aufteilen du brauchst eh nicht so viel dann gibst du Kladders mal die Hälfte ab so alles klar ja ne so da la Kladders ähm hm 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 wo haben wir es denn da gut die Jast hat er hat nicht so jetzt hat er na klar und du kriegst jetzt noch mal einen Meisterschuss verpasst also klar das kann echt verdammt viel also die ist ja echt so die eierlegende Wollmilchsau alles klar Dezeption nein ich will dann eben Jast äh Jast Nandos ich versuch mein Bestes so da la weiter geht's frisch gestählt sorry dass das halt immer so lang dauert ich weiß aber ach war klar dass jetzt hier oben die Fette drin ist wie viel hat denn die 200 naja das geht eigentlich blitz dich Finn liebe Spinnilein kom 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 pareo für Ardo so da la du wechselst jetzt mal wieder Bolzen ach normale Bolzen lang vollkommen für die so dann eben ich ja dann eben du jetzt Nandos kühl das brennige Spinnilein mal ab Arquat und jetzt kriegt die durch ihre Rüstung einen kleinen Zauberflug damit so da la und Wuchtschlag die zweite Bam 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 und gleich noch mal ich dann eben ich so 5 bis 25 dann taue mal auf gelingen im Schein der Mache und noch ein Schloss Bam haha der hat gesessen und nochmal und na komm einer geht noch einer geht noch Bam und das war Mami na ich hoffe jetzt klappt die ganze Schose auch so toll wie bei den nein jetzt hat die jetzt hat die blöde Kuh nix dabei jetzt haben wir nix mehr aus der rausgekriegt ach das finde ich ja schade ein Schwerk ein Wort können wir eigentlich nur die mit leerem Inventar ausräumen nein so Feuermus wieder dreimal Feuermus ach ich finde das so toll hey können wir jetzt dann nochmal abbauen hey spitze hier sind wir und wir uns ja komplett an Feuermus das wird jetzt allerdings die ganzen Krötenschemel brauchen nein Grimm gehen wir lieber vor ach wie schön Sackstraße kriegen wir eigentlich irgendeine Achievement wenn wir hier komplett die ganzen Spinneneierchen wegputzen nee oder so ach hier geht es hier weiter ach wohl nicht schade wäre wäre toll wäre toll so da hier hier sieht es doch aus als ob wir gleich Gesellschaft kriegen mach ich so so Jaster mit der Witzwerg einbaut zum Lastesel befördert jetzt jetzt kommen wir endlich mal aus der blöden Spinneregion raus endlich jetzt ist hier bloß nur ein normaler Stein mit ein bisschen vollgewebt naja oder auch nicht dann haben wir hier Ohrkrieger Ohrkrieger Zeit zum Zaubernach ziehen und nachdem dem Gezuppel mache ich lieber mal eine kleine Aufnahmpause so Xortisch mein Freund was soll es für ein Auge des Drachen sein die war was nü denn wie die Blut von gesagt hat ein großer blauer Stein meint er du bist ein dünn sich er ich will wissen was das sein soll warum wir das tun die sind über uns gut gut ich könnte mal vor zu bloß aufgepasst im ersten Lodge schulen wir jetzt da hin bist du mal ein späb oder hier lang nee zum kuckuck noch eins so vielleicht habe ich jetzt einfach bloß den Weg übersehen hier müsste ja eigentlich lang gehen das wüsste ich nicht wo mal vermutlich bin ich jetzt komplett falsch gegangen kommen wir hier rüber nee da unten haben wir doch Mami abgemurkst ne wenn ich mich nicht irre aber dass wir dann so weit in der Gegend umeinander gescheucht werden für nix das kann ich mir nicht vorstellen hier unten ist Mami da kommen wir nicht rein aha okay da drin ist gerade geschlüpft so so ha ne hier ist eine Sackgasse ganz eindeutig eigentlich eigentlich wäre sie hier fast schon geheim eingangwürdig aber ne hä 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 also wir müssten da oben ja eigentlich richtig gewesen sein also das gibt mir sonst nicht wirklich viel Sinn da warx die von blauen steinen reden also nee das muss ja richtig gewesen sein vielleicht habe ich irgendwo eine abzweigung oder einen hebel verpasst oder irgendwie sowas so ich gehe jetzt nochmal rauf und such da mal nach das kann hier irgendwo nicht sein das kann hier irgendwo nicht sein so hm du 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 ich habe mit Sicherheit bloß irgendwo was übersehen hm das wird's vermutlich sein hm nee what the heck so hä nee hier hier geht's doch hier geht's doch irgendwo rauf hm hier muss es doch irgendwo und irgendwie weiter oder rauf gehen das gibt's doch nicht anders also dass die dann einen so lange Wege in die Pampa rum schicken das glaube ich eigentlich nicht es geht los können wir hier können hier nix machen komisch naja Leute wenn das jetzt mal so ist dann werde ich mal kurze Pause machen und nach dem Weg suchen und dann sehen wir uns dann gleich wieder in der nächsten Folge oder so je nachdem wie ich schneide also dann Servus 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 Vielen Dank.